Guru Chaga. Auf! Hinder, Hinder! Das gibt's da nicht. Der Toni Schubacher springt am Ball vorbei. Berauung ist der Torschütze. Achten Sie einmal auf den Mann in Geld. Da kommt er raus und jetzt denkt ja. Was soll's? Drei gegen fünf. Gut gespielt, Baldano. Baldano. Ist das die Entscheidung? Ist sie das? Der Mann, der so lange keine Tore mehr geschossen hat. Hier wieder freigespielt. Kein Absatz. Dahinten stand noch ein deutscher Spieler. 28 Minuten sind gleich gespielt. Ein Tor. Völler. Und da ist es! Da ist es! Romenicke! Und das wollten wir gerne nochmal sehen. Und dann Zugabe. Das klingt vermesslich. Entschuldigung. Hier, der Rudi Völler und dann rutscht Karl-Heinz Romenicke in den Ball hinein. Sein erstes Tor hier. Vielleicht gibt ihm das auf. Und da ist es! Und da ist es! Und da ist es! Wirklichkeit! dem spielfeld und jetzt lassen die deutschen spieler zum ersten mal es war nicht abseits